hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun freitag den 30 9 2022 und wenn mich meine rechenkünste nicht täuschen dann ist der 31 am samstag und dann quasi oktober der oktober beginnt bekanntlich mit dem feiertag das heißt am montag dürfte wohl der dax gestoßen sein die amerikaner handeln demzufolge handeln meist auch die futures also nicht meist auch die futures handeln demzufolge auch die cfds ja also guckt aber trotzdem ein bisschen was nehmt die für positionen mit na nicht das böse überraschung gibt zum dritten und wir dann am dienstag größeres geld kriegen und ihr am dritten position schließen könnt weil dort wo ihr handelt geschlossen ist informiert euch da noch mal schaut genau in der regel ist aber so dass die cfds eigentlich durchlaufen auch für den dax und wenn die amerikaner einfach offen haben man merkt es nicht immer dass es in deutschland feiertag ist das ist tatsächlich so dass es anders wenn bei in amerika feiertag ist aber ja wird sehr interessant wird sehr interessant wir hatten gestern darüber gesprochen hier so kleine rakete und sowas wie sie da stand hatten aber gesagt vorsicht 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 der junge mann der hat gefunden woran es gelegen hat dass die rakete nicht gestartet ist da hat ein stecker gefehlt und der ist nicht gezündet also das war nichts wir hatten gestern darüber gesprochen ja sieht gut aus ist ein richtig schöner konter ich würde ich habe auch gesagt ich würde nicht shorten ja weil mir das zu saftig nach oben kam aber wir haben auch ganz klar gesagt wichtig wird wie dreht der rücklauf hoch wie kommt er bei 1 40 100 wie kommt er dort hoch beziehungsweise haben wir glaube ich sogar gesagt 100 bis 1250 na so in dem bereich um 100 12.100 und er ist gerade durchgefallen und hat damit eigentlich schon mal ziemlich viel erwirkt weil was hätte zum donnerstag richtig musik geben können der zwar hier und viele sachen gemacht die gut aussahen muss ich so sagen aber hat auch nichts verwandelt gekriegt das bis zum ende ein ganz schönes gebreche gewesen hier unten ist aber auch auf der anderen seite muss ich wieder sagen in eine schwächere leistung gewesen wie das was vorher hoch kam also das ist deutlich fulminanter gewesen wie das was jetzt hier runter kam mit kleinem stich drunter hat er sich trotzdem sehr sehr gut wieder stabilisiert und ich glaube für diejenigen die hier ein short noch gesucht haben im tagesverlauf hat das auch nicht viel spaß gemacht also wenn du da gesehen hast okay abwärts geld vielleicht noch den ersten rutscher nach unten unter 12.100 abgepasst hast also so richtig das was diejenigen sich vorgestellt haben ist das auch nicht und das ist ja schon fast die ganze welle so und deswegen hatte ich letztens auch gesagt die sieht schon sehr gesättigt aus und das sieht auch fast vollständig aus und wir laufen jetzt hier auch aus dem time fenster raus also also wir hatten ja die beiden wellen gegenüber gelegt und hatten gesagt zeitlich kann sie noch und deswegen können sie auf die bewegung noch ein bisschen sich strecken aber er tut sich halt so behindert anstellen einfach mal richtig unten rauszufallen ist man ich habe heute glaube ich auch irgendwo im chat geschrieben man mögt ihm doch einfach mal den kopfschuss verpassen dass der man einfach auf seine keine ahnung 9500 runterfällt und dem ganzen leiden ihr nehmt bereitet dieses gekleckere und hoch und wieder runter und dann immer dieses gereiße also ich glaube der tut manche leute hier gerade richtig nerven halt na also auch dieses diese stärke demonstrieren dann doch wieder schwäche das haben wir auch bei uns in den updates immer mal wieder so schon schon fast als geld mit drin dass wir sagen es sieht schon wieder stark aus es muss muss gleich wieder runter und auch dann dreht es sich immer wieder runter jedes mal wenn wir so eine mail geschrieben haben hat er sich wieder runter gedreht und ja für mich fehlt hier für den donnerstag noch ein bisschen bewegung und zwar auf der anderen seite der schwingt ja oft donnerstags hin und her oder übertreibt übertrieben hat er ganz klar nicht und für die schwingung fehlt noch was das kommt manchmal noch in den in der freitagnacht und am freitag vormittag so dass ich wissen vorsichtig bin wenn ich jetzt sehe dass alle jetzt sofort negativ sind super negativ obwohl sie gestern noch total zuversichtlich waren und hier long halten wollten bis 31 12 und so weiter und jetzt sind sie total pessimistisch und wollen den dachs bei 11600 obwohl bloß ein tag dazwischen liegt hat er eigentlich genau das gemacht was wir gestern gesagt hatten das das was ein bisschen gefehlt hat auch wenn ich ganz klar abgrenzen muss dieses dieser schmerz den er bereiten soll den leuten das fehlt trotzdem doch ja aber er hat die köpfe soweit gedreht dass wenn der freitag steigt ich glaube ganz viele gar nicht so richtig mit dabei wären weil sie sich gar nicht irgendwie reintragen wenn der dann noch per aufwärtsgap reinkommt und das offen lässt das wäre schon wieder für die meisten denn ich glaube dann gibt es vier fünf leute ich sage ich höre auf mit trading habe keinen bock mehr auf die scheiße ja also sowas würde jetzt eigentlich ganz gut mal reinpassen also wenn ihr seht er macht ein aufwärtsgap keine ahnung über 1250 oder 1270 guckt mal ob das offen bleibt ja also ich würde dann oberhalb von 1270 oder da wo er rauskommt würde ich nur long handeln ich würde dann glaube ich nicht short handeln weil das würde das würde dem dachs gut passen dann macht er bestimmt dann hier oben das gap zu weil 12 122 ähm was auch immer das hier ist close ist 11 9 halt wartet ich bin auf der falschen kerze close ist 12 287 da ist das gap das können wir zu machen vielleicht sogar an die 300 mal schnüffeln vielleicht sogar an der 365 schnüffeln das wäre für den freitag definitiv drin und dann hätte er wieder das wäre wieder absolutes kino dann könnte am montag kurz nach unten ziehen wieder also auch was der da machen könnte also wer für den dax köstlich hin könnte schön umsätze generieren das ist genau das was man machen möchte weswegen er sich auch so dusselig bewegt punkt wir können kurz fassen geht unser dax über 1250 oder 1270 wieder raus bestenfalls vielleicht bei aufwärtsgap lasst ihm nach oben luft lasst ihn einfach das gap da oben zu machen lasst ihn wieder hoch treiben hier vielleicht an die tageseröffnung erstmal ran 190 das kann vielleicht erst mal für den ersten schwung schon reichen im zweiten dann das gap zu das wäre positive variante für freitag sehen wir den dax aber zum freitag unterhalb von 11900 ganz klare akut warnung für mich dort keine langen position gehe ich davon aus dass wir auf die 800 fallen und wenn er dort nicht bremst geht er gleich bis 11600 durch und damit können wir es zu machen das ist es ja aber was er immer macht hoch runter hoch runter hoch runter wird jetzt ja eigentlich für den freitag auch gut reinpassen dass er wieder nach oben arbeitet wird auch noch vom donnerstags pattern fehlen halt na diese diese eine bewegung zurück von daher ein bisschen aufpasst gut dann soll es das sein ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende und dann hören wir uns wahrscheinlich erst am montag abend für den dienstag wieder außer der freitag war so brisant dass ich sage nee wir machen doch für den montag schon mal eine analyse aber wundert euch nicht wenn am sonntag keine kommt dann war mir der freitag zu langweilig oder hat genau das gemacht was wir besprochen haben und dann klickt er erst die analyse für den ersten handelstag im oktober für den dachs wieder und die wäre dann am vierten 10 gut ok ich wünsche euch schönes wochenende tschüss